Al-Daran hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Al-Darans abgeschlossen ist. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Al-Darans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Fosterhaven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Komma das Schlauben. Wegtreten. Käpt'n Jakes. Alles bereit, Lieutenant Carol? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskalon-Aufstands brachten sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbere... Nur Standard-Teils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir? Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Sie hören mich, Theresa. Aber verstanden haben Sie nicht. Bald wissen wir Bescheid. Ich führe. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschwinden. Machen wir es richtig. Wird erledigt. Jägerinfektion wurde eingeschlagen. Beginne Startvorbereitung. Pilotin, starte deine Cockpit-Systeme. Alles klar! Systeme sind bereit. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Ja. Vom Tal-Sensor. Läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Ah, der Rest der Flotte ist zurück von Melisdale. Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten zu befassen. Helix-Staffel, wir präparieren den Gosanti-Transport. Bereit halten! Verstanden, Vigilance. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. Verstanden, Vigilance. Bestätigt! Von innen vergisst man schnell, wie groß unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben, doch so nah am Schiffsrum sollten wir gut aufpassen. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Es gibt etwas sehr offensichtliches an einem Thai-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da testet wohl jemand Kampfformation. Besser hier als später auf dem Schlachtfeld. Abstand halten, Helix. Die Triebwerke sind heiß genug, um einen Thai zu verdampfen. Hm. Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die Harte Tour erfahren haben. Das wird knapp, Piloten. Diese Quasar-Trägerschiffe sind etwas zu nah. Gut. Alle Systeme sind kalibriert. Die Flotte ist in gutem Zustand. Die Vigilanz berichtet, dass unser Gosanti-Transport bereit ist. Erik Staffel, begibt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Ja. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelung schließt. Ja. 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 Helix-Staffel angedockt und bereit für Hyperraumsprung. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Foster Haven, wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Trägerschiffe in Position. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Interessant. Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter Ihnen verstecken. Genau. An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon Javes vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermache, Pilot. Geh klar. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Pilotin, inspiziere zuerst dieses Schiff. Moment, Moment. Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Seht ihr? Treu ergeben, ich schwöre. Keine Anzeichen für Herkunft aus Aldera. Weitersuchen. Gut. Prüfe jetzt das Nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahm nur das Schiff nicht. Keine Flüchtlinge an Bord. Weitermachen. Also beschlagnahm ihr mein Schiff nicht? Da. Ein Schiff versucht zu fliehen. Für eine einfachen Inspektion. Wir sollten Ihnen ein paar Manieren beibringen. An alle. Waffensysteme hochfahren. Pilotin, erfasse es mit den Sensoren und feure eine kurze Seile, um es zu beschädigen. Lenn Sie nach, ob Sie die Flüchtlinge verstecken. Halte das Schiff da auf. Schon gut, schon gut. Dann scannt du uns. Aber stell das Feuer ein. Keine Flüchtlinge, Sir. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Meine Kunden sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Captain, die Stationsverteidigung hat sich gerade aktiviert. Helixstaffel, zerstört die Geschütze. Unter Beschuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand ohne mit Gegengeschuss zu rechten. Sogar das Imperium sollte das wissen. Ziel zerstört.